Mr. Martin? Ja? Mr. Wexler schickt mich, Sie abzuholen. Donnerwetter, ein Hoch auf Mr. Wexler. Ich bin seine Sekretärin. Jetzt, wo Sie brüten, sind Sie verdammt bösartig. Wenn Sie sich bedroht fühlen, können Sie einen glatt zu Tode trampeln. Untertitelung des ZDF, 2020 Darf ich erfahren, was Sie hier suchen? Das hier, Mr. Wexler. Das erste Foto wurde bei Bens Leiche gefunden. Das zweite habe ich gerade zwischen Ihren Akten entdeckt. Sie haben die Polizei belogen. Ich möchte aber jetzt die Wahrheit hören. Ich möchte dich heiraten. Ich will aber noch nicht heiraten, Paul. Jedenfalls jetzt noch nicht. Toll, nicht? Sie fühlen keinen Schmerz. Keim, 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 Keim! Not alle! Das erste Worse! Untertitelung des ZDF, 2020